Was ist wohl das Schlimmste und auch das Teuerste in der Softwareentwicklung? Richtig, Bug-Fixing. Bugs sind nervig, klar, keine Frage, aber sie sind nicht nur für den Entwickler nervig, sondern sie sind auch für die Kunden nervig. Und das hinterlässt immer so einen kleinen Fadenbeigeschmack, wenn man zum Beispiel sieht, da stimmt was nicht auf der Webseite und naja, dann geht man vielleicht auch woanders hin. Und dementsprechend kann sowas sehr teuer werden. Man spricht auch davon, dass je später man es im Development-Lifecycle bemerkt, dass ein Bug gefunden wird, desto teurer wird das Ganze. Und dagegen gibt es jetzt ein Tool und Gleap ist das Tool und die sind auch der Sponsor des heutigen Videos, das muss ich ja immer dazu sagen. Gleap ist ein Tool, das Bug-Reporting und Customer-Feedback so einfach macht wie möglich. Das hört sich jetzt nicht unbedingt nach Development-Sachen an, aber sowas muss man halt auch implementieren. Und naja, macht meistens nicht unbedingt viel Spaß, das 100 Mal gleich zu implementieren, sondern man hat lieber eine einzige Sache, wo man das einfach nehmen kann, wo man quasi nichts mehr machen muss, sondern wo man einfach nur alles verwenden kann, so wie es ist. Und das ist Gleap, meine Damen und Herren. Deswegen freue ich mich so, dass die heute auch dabei sind, beziehungsweise auch noch die nächsten zwei Videos dabei sein werden, denn wir machen hier eine Mini-Tutorial-Reihe zu Gleap. Gleap ist genau das. Es bietet euch die Möglichkeit, einen Bug zu melden und dementsprechend dann auch leichter den zu fixen. Das schauen wir uns genauer an. Leichter zu fixen ist nämlich im DevOps-Sinn gemeint. Das ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Gleap an sich ist eine Software-as-a-Service, das heißt, ihr habt dort die Möglichkeit, im Dashboard quasi alles zu sehen, aber es gibt auch Integration in alle anderen Tools, die ihr vielleicht in eurem DevOps-Cycle benutzt. Jetzt will ich euch ganz kurz erstmal Gleap in Action zeigen, denn die Website von Gleap benutzt auch Gleap. Das ist halt das Coole dabei. Die haben das bei sich selber drin. Das Team übrigens ist aus Österreich und ja, die sind eigentlich super nett. Kann man vielleicht auch mal dazu sagen. Muss man auch mal loben. So, also Gleap sieht so aus. Das ist einfach hier unten so ein kleines G, falls man das als G identifizieren kann. Und dann kann man hier sagen, melde einen Fehler, kontaktiere uns, Feature anfordern, Powered by Gleap. So, das ist quasi genau das hier. Und jetzt kann ich hergehen und zum Beispiel sagen, melde einen Fehler. Und dann kann ich hier beschreiben, was eigentlich passiert ist oder ich kann sogar den Fehler auf meinem Bildschirm markieren. Ich kann zum Beispiel hierher gehen und das Ding hier so ein bisschen markieren, dass hier zum Beispiel irgendwas nicht richtig ist oder sowas. Ich kann hier aber auch mit einem Stift zeichnen. Tada, so irgendwie. Also, ich kann quasi als User genau das machen. Ich kann hier einen Bug einzeichnen und kann dann eben beschreiben, was hier passiert ist und kann dann meine E-Mail-Adresse angeben, um eben auch kontaktiert zu werden. Und wir machen das jetzt mal in unserem eigenen Projekt. Also, so sieht das ganze Tool am Ende dann fertig aus, wenn ihr eine Website habt. Das Tolle dabei ist nämlich, dass ihr an sich gar nicht mal irgendwie viel dafür machen müsst. Ihr müsst nicht irgendwie euch limitieren auf eine React-App, was wir als Beispiel hier benutzen werden. Aber wie gesagt, nur ein Beispiel. Ihr müsst keine React-App benutzen. Ihr könnt das für so ziemlich alles benutzen. Und das möchte ich einmal ganz kurz demonstrieren. Wir haben hier die Möglichkeit, das in eine iOS-App zu integrieren, in eine Android-App zu integrieren, in React Native, Expo, Flutter, React, also normales React, WordPress, Vue, Angular, reines JavaScript, Next.js, Wix, Webflow, Weebly und Squarespace. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, jo gut, dann mache ich es halt quasi, wenn es einfach eine Website ist, mache ich es halt einfach direkt in JavaScript rein. Das geht genauso. Also, es ist also super simpel. Ich habe jetzt hier einfach mal WordPress aufgemacht und ich musste hier was verändern, weil mein SDK-Key, der sollte natürlich euch nicht angezeigt werden. Aber ja, man muss hier bei WordPress zum Beispiel einfach das Plugin installieren und dann hier den SDK-Key reintragen und fertig. So, es ist wirklich super einfach, das sozusagen in eure Webseite zu integrieren. Und bevor wir jetzt uns angucken, wie wir das tatsächlich in unserer React-App machen, wie gesagt, ist eine Sache von ein paar Minuten, da möchte ich euch einmal noch kurz das Pricing zeigen. Das Pricing ist jetzt natürlich erstmal, sieht krass aus, 149 Dollar im Monat, aber man kann, wie gesagt, auch die kostenlose Variante benutzen, also komplett for free. Man darf dann das Ganze halt natürlich nur für ein Projekt verwenden. Das heißt, man hat nicht irgendwie eine App, eine WordPress-Webseite oder vielleicht eine normale Webseite und dann noch fünf andere Sachen, die alle zum selben Projekt gehören. Aber man hat eben genau dieses eine Projekt, wo alles reinkommt und die Daten liegen fünf Tage nur auf den Servern, damit die eben auch nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht werden können. Das ist cool, denn ihr habt zum Beispiel auch Unlimited Bug Reports. Das heißt, ihr könnt in einfach jeder App sozusagen diese Bug Reports dann auch drin haben und ihr könnt dann einfach auch sagen, ey, wir sind zu 25 in unserem kleinen Team drin, ich lade trotzdem jeden ein in unser Team und jeder kann diese Bugs verwalten. Das ist natürlich trotzdem sehr, sehr nützlich. Man hat trotzdem die Direct User Communication, das heißt, wir können trotzdem direkt mit den Leuten reden und schreiben, die dann eben so einen Bug gemeldet haben, falls wir Rückfragen haben. Und wir haben trotzdem das Feature Request Board und trotzdem Ratings. Was wir nicht haben, sind geile Integrationen, weswegen ich auch unbedingt wollte, dass ich euch diese Variante hier zeigen kann. Die sind einfach mega geil. Also im Endeffekt, Leap ist ja eine Software as a Service und dementsprechend geil ist es, wenn die sich in eure anderen DevOps Tools integrieren kann. Um also auch nochmal aus der Kooperation das meiste für euch rausholen zu können, habe ich nochmal ein bisschen, ihr kennt das ja, verhandelt. Und da kam dann eben auch noch ein 20% Rabatt-Coupon für euch mit raus. Das heißt, ihr könnt das Ganze für eben nicht 65 Dollar, sondern für 20% reduziert bekommen, wenn ihr den Coupon aus der Beschreibung unten verwendet. Gut. Und natürlich, Logs sind auch immer sehr, sehr hilfreich, was natürlich logisch ist. Und ja, ihr könnt euch gerne mal alle Unterschiede angucken. Es ist schon sehr cool, die Growth-Variante zu haben oder die Pro-Variante zu haben, speziell für Webhooks und APIs. Aber wahrscheinlich reicht für euch auch die Free-Variante, je nachdem, was ihr machen wollt. Zunächst einmal, lasst uns ganz kurz noch über die Integrationen reden. Denn wenn so ein Bug reportet wird, dann kann es ja sinnvoll sein, wenn ihr zum Beispiel nicht die ganze Zeit in euer Gleap-Dashboard reingucken wollt, dass ihr dann einfach euer anderes DevOps-Tool verwendet. Und ich will mal ganz kurz hier zeigen, was es alles an Integrationen gibt. Ihr habt Jira-Integrationen. Trello ist ja für Kanban-Bots zum Beispiel super, super beliebt. Ihr habt eine Slack-Integration, falls ihr es direkt in den Channel posten wollt. Ihr habt direkt Asana, was man reinpacken kann. Ihr habt ClickUp, was wir jetzt zum Beispiel auch gerade verwenden bzw. angefangen haben zu verwenden. Und ihr habt natürlich GitHub, wo man einfach direkt ein Issue für jeden Bug-Report machen kann, was halt wirklich, wirklich praktisch ist. Ihr habt natürlich auch Webhooks. Das heißt, ihr könnt einfach sagen, ey, mein Tool wird nicht unterstützt, also sende ich einen Webhook an irgendeine andere REST-API von irgendeinem anderen Tool. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja, und Zapier gibt es natürlich auch und damit habt ihr quasi alle anderen auch schon. Also Zapier ist ja sozusagen die Integration der Integration. So, das heißt, ihr könnt euer Tool ziemlich sicher hier integrieren, was halt sehr, sehr komfortabel ist. Also einfach jedes Mal, wenn ein Bug-Report gemacht wird, gibt es ein Issue aufgetappt. Voll geil. Okay, also lasst uns das mal hier in unsere React-App einbauen. Ich würde sagen, wir switchen einmal ganz kurz zurück zum Code und, beziehungsweise, nein, wir switchen nicht zurück zum Code, wir brauchen natürlich die Installationsanleitung. Wir gehen also hier wieder zurück auf Settings, Installation und switchen hier mal zu React. Und hier steht eigentlich schon alles dabei, was wir brauchen. NPM Install, Gleap, Save. Okay, cool. Das ist halt so ein Standard-NPM-Paket, wo wir uns nicht mal irgendwie Gedanken drüber machen müssen. Das kann ich hier einfach quasi reinpacken und los geht's. Nachdem die Installation durch ist, gehen wir hier einfach mal raus und gehen auf unsere Index-JavaScript und hier möchte ich jetzt natürlich Gleap installieren, beziehungsweise einbinden, ja. Das heißt, ich sag hier einfach Import Gleap from Gleap, vielen Dank. Und möchte das natürlich hier verwenden. Das heißt, wir packen das hier einfach als Code rein. Gleap.initialize. So, hier muss mein Key rein, also mein API oder mein SDK-Key, den ich euch nicht zeigen darf. Das heißt, ich mach hier einfach mal ein Bla rein und dann war's das auch schon. Und unten drunter muss ich rein gar nichts mehr machen. Ja, das ist es schon. Jetzt muss ich nur noch das CSS einbinden. Das wäre zumindest hilfreich. Dementsprechend wechsle ich hier mal auf die Index.css-Datei und hier oben sag ich jetzt einfach, ja gut, ich hätte ganz gerne das CSS von Gleap, also Add Import und hier drin dann einfach ähm Gleap slash build slash huch slash index.mint.css So, und schon sind wir fertig, ja. Das ist quasi alles. Wenn ich jetzt hier wieder lande, dann sehe ich, okay, ich hab das schon gemacht. Ja, jetzt hab ich hier so ein Gleap-Icon. Jetzt kann ich hier mir einen Fehler melden. Also ich male jetzt mal, ich sag jetzt einfach mal, äh, Icon spinning in wrong direction. Übrigens achtet auch darauf, dass es hier alles auf Deutsch ist, ja. Gleap hat quasi für alle möglichen Sprachen irgendeine Möglichkeit und ich kann das einstellen, so wie ich möchte. Ähm, Icon spinning in wrong direction kann ich natürlich hier auch eingeben. Direction. So. Meine E-Mail-Adresse ist, äh, die ja, die trage ich nachher ein. Ähm, zeige ich euch dann auch, was ich meine und dann markiere ich mal ganz kurz den Fehler. Ähm, ich sag hier, das ist mein Fehler. So, weiter. Und ja, jetzt brauche ich nur noch die E-Mail-Adresse und kann das absenden. So, und das war's auch schon. Jetzt kann ich einmal wieder zurück auf mein Dashboard gehen und ich hab nichts gemacht, ja. Also ich hab hier nichts weiter gemacht, installiert oder sowas. Ihr habt alles gesehen. Ich hab nur halt noch den API-Key eingetragen. Das war's auch schon. Meine E-Mail-On abgeschickt natürlich. Und hier sehen wir jetzt schon den ersten Bug. Ich hab hier Icon spinning in wrong direction. Und das ist jetzt ein Open Bug. Das ist jetzt quasi einfach mein Kanban-Board. Das wird eins zu eins gemirrert, wenn ihr das mit eurem Trello verbindet oder wenn ihr das mit Glickup oder sowas verbindet. Und dann habt ihr das eigentlich auch schon direkt hier drin. Und jetzt sehe ich hier tatsächlich, das ist der volle Screenshot von meiner App. Das ist der Bug an sich. Also es wird natürlich kein Full-Size-Bug mitgeschickt, weil halt, ne, muss Platz gespart werden. Und, ähm, jetzt kann ich hier zum Beispiel broken oder sowas melden, aber das eigentlich nicht. Ähm, so, und jetzt kann ich den hier quasi assignen. Das heißt, ich kann hier sagen, hey, wer muss das lösen? Muss ich selber lösen. Doof gelaufen. Ähm, Priorität ist extrem hoch und er ist in Progress, weil ich natürlich jetzt schon dran bin. Ähm, und ich kann das auch hier ändern, ob das jetzt ein Bug ist, ob das ein Crash Report ist, ob das ein Ad Inquiry ist, also quasi ein Feature-Request beziehungsweise ein Wunsch sozusagen. Und, äh, ja, hab hier dann auch alle Daten, was hier tatsächlich dabei gebroken ist, äh, also kaputt gegangen ist. Das heißt, ich weiß auch tatsächlich unter welchem Browser das Ganze ist, was für ein User-Agent das im Detail ist. Und ja, ich weiß, solche Sachen sind eigentlich Tracking-Sachen, aber hier wird nicht getrackt. Das sind für mich quasi zum Nachvollziehen, zum Debuggen, zum Testen, im Endeffekt all diese Themen. Ähm, und wundert euch bitte nicht, meine, ähm, meine Angaben hier über User-Agent sind alle gefaked, also die sind nicht echt. Ähm, das ist absoluter Zufall, was ich hier machen kann. Und, ähm, meine Screen-Breite, meine Screen-Höhe, Moment, das stimmt aber nicht. Dann hab ich, hat das tatsächlich meinen Grafikkartentreiber resettet. Okay, ähm, das ist ein Bug auf meinem System, das hat nichts mit Glied zu tun. Das ist einfach broken. Normalerweise hab ich 4K-Auflösung. Böse. Nvidia, böse. Ähm, wir haben Activity-Log, das heißt, was passiert ist, wo wir eigentlich irgendwelche Requests hatten. Das heißt, wir sehen hier, ähm, Page View und dann hier direkt Feedback Received beziehungsweise zwischendrin noch der Post, an die Gleap-API. Wir haben die Custom-Data, die wir uns einbauen können beziehungsweise die eingebaut wird und wir können das Ganze replayen. Das ist ein Feature, das aktuell noch in der Beta ist, aber es kann schon eingeschalten werden und wenn man es als Administrator dann einschaltet, dann wird automatisch sozusagen zusammengeschnitten als kleines Video, was zu diesem Bug geführt hat. Also welche Klicks, welche Folge von Aktionen dann eben dazu geführt hat. Und kann natürlich beim Debuggen extrem hilfreich sein, weil man muss natürlich auch erstmal irgendwie diesen Bug reproduzieren können. Und das ist quasi alles, was wir hier machen können. Jetzt können wir mit dem Ding machen, was wir wollen. Jetzt können wir hier quasi uns drum kümmern und das ist eigentlich auch schon so der geilste Use Case, der mir so einfällt. Also es ist halt super einfach zu integrieren und man muss sich um nichts mehr kümmern. Jeder kann einfach so direkt hergehen und sagen, hey, ich würde gerne einen Bug melden. Ich würde gerne melden, wenn etwas abstürzt. Ich würde gerne ein Rating machen, dazu kommen wir nach. Ich würde gerne Inquiries machen oder Feature Requests machen. Und schon habe ich quasi mein komplettes Customer Management Tool für alle Wünsche von allen aus der Community sozusagen offen. Das ist voll geil. Was auch übrigens automatisch eingetragen wurde, das seht ihr jetzt auch meine E-Mail Adresse, ist quasi, ich habe hier eingegeben, hey, ich würde ganz gerne einmal eben diesen Bug reporten hier und habe dazu meine E-Mail Adresse angegeben, wo ich natürlich dann auch gesagt habe, ihr könnt mich darüber theoretisch kontaktieren, wenn ihr das braucht. Und hier kann ich jetzt natürlich auch hergehen und zum Beispiel eine E-Mail schreiben. Also das ist auch tatsächlich direkt verlinkt. Ich kann aber auch hier einfach draufklicken und Informationen sehen zu dem Menschen, der das halt hier gerade gemacht hat. Das sieht jetzt auch wieder nach sensiblen Daten aus. Der Name wird natürlich aus der E-Mail Adresse abgeleitet. Die E-Mail ist halt einfach hier für dieses Tool gedacht, dass man eben den Bug fixen kann. Und dann sehen wir hier, wie lange man eben auf der Webseite drauf war, was man gemacht hat als letztes und wo man sich ungefähr befindet. Wobei meine Location übrigens auch gefakt ist. Ich war in meinem Leben, glaube ich, einmal in Ulm. Aber ja, das sind interessante Sachen, die man natürlich auch alle bedenken muss, was man hier dann auch am Ende alles auf einmal sieht. Also was man hier alles braucht zum Bug fixen, ist alles verfügbar. Das macht das Tool eben so einfach und gleichzeitig so intuitiv, finde ich. Cool. Also das war von meiner Seite eine klare Empfehlung und ja, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, wenn man das nicht selber machen muss. An der Stelle danke an das Team von Glieb, dass ich mich da nicht selber drum kümmern muss. Aber ja, okay, das war es von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Geht es natürlich auch wieder um Glieb und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.